Johanna Theemich war eine österreichische Schauspielerin. Leben Johanna Marie Theemich stammte aus einer Schauspielerfamilie. Ihre Eltern waren die Burg-Schauspieler Hermann Theemich und Wilma Degescher. Theemich hatte Theater-Engagements in Deutschland, U.A.R., in Bochum und Stuttgart. In der Theatersaison 1962-63 spielte sie am Staatstheater Stuttgart neben Ulrich Matsch aus in der Komödie Geofater Armer Vater, von Arthur L. Koppit auf. In der Spielzeit 1965-66 war sie am Bayerischen Staatsschauspiel in München engagiert. Dort spielte sie die Rollen 1 und 2, Fräulein Ayola in Dona Rosita oder die Sprache der Blumen von Federico García Lorca und die Charlotte in dem Lustspiel Der Parasit von Friedrich Schiller. 1982 übernahm sie in einer Tournee-Theater-Produktion der Bühne 64 Zürich die Rolle der Elisabeth von Ritter in dem Theaterstück Verbotenes Land von Henry Denker. Ihr Partner in der Rolle von Sigmund Freud war Karl-Heinz Martell. 1987 spielte sie in einer Tournee-Theater-Produktion der Berliner Tournee die Königstochter Goneril in Königlier In einer Inszenierung von Hans-Joachim Heisel ihr Partner als Lier war wieder Karl-Heinz Martell. In der Theatersaison 1988-89 spielte sie beim Tournee-Theater-Euro-Studio Landgraf in der Fars die chinesische Mauer von Max Frisch. 1991 trat sie bei den Bad Hersfelder Festspielen auf. In Österreich trat sie Uhr am Theater in der Josefstadt an den Wiener Kammerspielen an der Neuen Tribüne Wien und an der Freien Bühne Wieden auf. 2005 spielte sie an der Freien Bühne Wieden die Rolle der abgründigen Frau Wurmser in der Uraufführung des Theaterstücks Verdunkelung von Erika Mitterer. Im November 2005 trat sie an der Seite von Helga Papawik in der Neuen Tribüne Wien in der Premiere des Einaktes ein unglücklicher Zufall von James Saunders auf. Ihre letzten Bühnenauftritte hatte sie 2011 unter der Regie von Burg-Schauspielerin Elisabeth Augustin. In dem Theaterstück Königin Mutter von Manlio Santanelli an der Freien Bühne Wieden ihr Partner in der Rolle des Sohnes war der Burg-Schauspieler. Johannes Terne, Theemich wirkte auch an einigen Film- und Fernsehproduktionen mit U.A.R. 1963 in Wolfgang Liebeneiners Fernsehinszenierung der Komödie Charlies Tante mit Boy Gobert als Partner. Gelegentlich war Theemich auch als Hörspielsprecherin tätig. So in der Produktion Wien-West von Elfriede Jelinek und in Gesellschaft von Raoul Auanheimer. Die Trauerfeier für Johanna Theemich fand am 10. Dezember 2014 auf dem Döblinger Friedhof in Wien statt. Die Urnenbeisetzung erfolgt im Familienkreis auf dem Ortsfriedhof Werfenweng in Salzburg. Filmografie, 1963 Charlies Tante, 1968 An Einzeltischen, 1971 Geliebtes Scheusal, 1972 Fett taugen eine Idylle aus der deutschen Provinz, 1972 Katzenspiel, 1979 Das Pfeilchen